Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Mein Name ist Jiaus und Kipptokaffee. Wir fangen heute mit einer sehr skurrile Nachricht an. Ich kann mir sogar tatsächlich vorstellen, dass es gefakt ist, aber dafür sieht es tatsächlich zu echt aus und dass er so viele Sachen noch reingepostet hat. Ich meine, wie kommt man auf solchen Gedanken, dass man so eine illegale Handlung tatsächlich an der Stelle noch nach außen verkauft? Nach dem Motto, hey, guck mal, wie toll ich das gemacht habe. Und so könnt ihr das auch machen. Das ist wie, wenn ich auf die Straße gehen würde, hey, guck mal, ich habe denen das Geld gestohlen. Und so könnt ihr das auch machen. Also dieser Mensch hat ja beschrieben bei den Sui Airdrop. Ihr wisst ja, da braucht man halt sehr viele Versuche zumindest, weil die Chance ist, dass man einen Airdrop bekommen, war sehr gering, das war ausgelost. Und der hat sich einfach 70, nicht 70, aber 40 Accounts gekauft, also falsche Identitäten damit gekauft, sich dort registriert, damit er tatsächlich den Airdrop abgreifen konnte und hat sich daraus ein paar zigtausend Dollar geholt als Gewinn. Und hat auch noch beschrieben, wie das abgelaufen ist, wie viel er dafür bezahlt hat und auch die Seiten, wo man das machen kann. Also ich meine, ist einfach, also hat ZagXPT hier aufgeschnappt auf jeden Fall und hat gesagt, naja, gut. Und sowas schreiben die da auch noch öffentlich auf Twitter, ja, und nach dem Motto, ich bin ja das größte Hecht hier. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben eine Business-Idee, interessanterweise von mir, ja, wenn ihr denkt daran, wenn ihr das tatsächlich umgesetzt habt, ja, bitte vorher auch gründlich recherchieren, ob das möglich ist und auch egal ist. Aber falls man es tatsächlich umgesetzt hat und man daraus einiges an Gewinn abgezahlt hat, denkt daran, ein bisschen, ja, was für Krypto-Kaffee zu spenden. Es geht nämlich darum, dass Leute immer noch, also tatsächlich Leute oder Skripte oder was auch immer gibt, ja, die sehr, sehr alte Projekte durchgehen, ja, auf der Stelle. Da gibt es eben sehr viele, sondern gestern auch in unserem Talk, wir haben ja Samstagabend eine Stammtischrunde online, ja, da ist jeder herzlich eingeladen. Das sind zwar auch Projekte, ja, ganz uralte Projekte dabei, die mit dreistelligen Millionen Treasury noch unterwegs sind, ja, und die habe ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich denke, die sind schon längst in der Versenkung verschwunden oder, ne, haben praktisch alles abgebaut, aber die sind halt noch am Bilden, ja, und haben massiv, massiv an Treasury. Und dieses Projekt hier, ich habe noch nie was davon gehört und hatte an der Stelle noch einen Pool, ja, was auch inaktiv war, seit sehr, sehr langer Zeit und das sind nur 200.000, ja, an Kapital drin und das hat eben ein Skript an der Stelle exploited, ja, da gibt es aber anscheinend einen Bug oder Lücke und das wurde anscheinend auch nie gefixt an der Stelle. Und, ja, das ist eine Menge Geld und ich bin mir sicher, dass auf der Chain noch einiges liegt, ja, was, wenn man sich mal einfach selbst so exploitet und verlassene Projekte, die immer noch teilweise, ja, für 5 oder 6 Schilling, ähm, Tausende, ähm, also Geld da drin haben und, äh, die Idee ist halt tatsächlich an der Stelle einfach alle großen Wallets von groß nach klein durchzugehen, ja, und dann zu sehen, wie viele Aktivitäten da drin sind, die in den letzten 364 Tagen und dann anhand, ne, bei Code, ähm, Arena oder Immunfall gibt es da genügend, äh, solchen Beispiele für Exploits, die ja auch, ja, äh, entsprechend, ähm, äh, an der Stelle möglich sind, die mit Coden mäßig dagegen zu testen, inwiefern das dort, äh, vorhanden ist, dass man nicht selber alles durchgucken muss und falls das vorhanden ist, einfach, ne, vorab markieren, hey, das ist, das ist eine Whitehead, ähm, Transaktion, ja, denkt dran, das ist keine Schulden, bitte meldet uns bei, äh, meldet euch bei uns, ja, damit wir euch das Geld zurückschicken können und, ähm, da kann man ja, ne, in der Regel für Whitehead immer 10% bis 20% ähm, ähm, als, als Bountie praktisch, äh, einnehmen und, ja, kommen wir zum nächsten. Wir haben Optimism, ja, ein, ein, ja, was heißt, ist noch nicht mal Streit, ne, und, äh, das sind aber auf jeden Fall einige nicht glücklich, ja, sowohl aus dem Lager von Curve, als auch aus dem Lager von Optimism. Es geht da drum, dass Optimism an der Stelle, ne, die haben ja von vorher, als die angefangen haben, mit ihren Token zu Drop mal gesagt, hey, wir wollen, äh, Public Goods Funding machen, ja, das heißt, praktisch öffentliche Arbeit oder öffentliche Infrastruktur oder Projekte oder Entwicklungen fördern, ja, mit dem, mit diesem Public Goods Funding und dazu gehört zum Beispiel auch unter anderem das Curve an der Stelle auch was abbekommen soll, ja, und das war da auch freigegeben komplett, das seht ihr hier an dem Proposal von den, äh, von der Community und da wurde auch durchgevotet, das heißt, es geht nur noch darum, dass es ausgezahlt wird, so. Und jetzt wird es aber nicht ausgezahlt, ja, und dann, ne, wird dann natürlich auch dem Einlager und auch aus der eigenen Community gefragt, ja, warum wird es nicht ausgezahlt, ja, äh, das geht so nicht, wir haben dafür gevotet, ja, wir haben ja gevotet, das soll eben ausgezahlt werden. Und das Ding ist natürlich das Problem, weil Optimism, auch wenn es relativ dezentral ist und, ne, natürlich auch außen so verkauft wird, das, ne, wir wollen DAOs und Dezentralisierung so fördern, ist es aber immer noch, geht es um Geld, ja, und es geht um viel Geld in der Regel und da sind die, ne, als Unternehmen verpflichtet, sich auch selbst abzusichern, ja, ich meine, ich kann, man kann, ne, großes Geld als Unternehmen vor allem nicht einfach irgendwo hin schenken und hinterher fragt, man kommt, ja, keine Ahnung, die Polizei oder der Staatsanwalt um die Ecke und sagt, hey, was sind das für Organisationen, die ihr an der Stelle verschenkt habt, ja, auch wenn es, sag ich mal, Namen hat, ja, weiß man nicht, wer dahinter sitzt und, und aus der Perspektive heraus, ich meine, kann ich nachvollziehen, ja, dass die an der Stelle sagen, hey, ihr müsst ein KYC machen, ja, für eure Organisation oder, keine Ahnung, die Leute, die in der Organisation oben sitzen, nur das Problem ist, Curve ist natürlich auch ein Pseudo-DAO, ja, es ist offiziell als DAO, aber bei Curve ist natürlich auch sehr stark konzentriert und, ähm, da an der Stelle zu sagen, ja, das, ne, das Unternehmen muss sich identifizieren, was das ist, ist natürlich nicht so einfach, ja, wenn es natürlich verteilt ist auf vielen Leuten, überall auf der Welt und Organisation und, äh, ja, also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das letztendlich auflöst bei der ganzen Frage hier, ich denke, das wird einfach da drauf hinauslaufen, dass irgendjemand, ne, seinen Kopf, äh, da hinhält, auch von der Seite von Curve, damit die in KYC dann mit ihm zusammen machen können, dass er, ja, bei Curve arbeitet und so weiter und, ne, auch dafür, äh, einsteht und dann, dass dann, äh, die Token an Curve ausgezahlt werden. So, kommen wir zum nächsten, wir haben, ja, äh, lustigerweise, ich meine, ich hätte es vielleicht nicht gepostet, ja, im Nachhinein, das seht ihr, ne, vor 24 Stunden habe ich das etwa gepostet und es geht nämlich darum, dass man über diese, ähm, äh, normale Bridge, ja, von Arbitrum selbst, also nicht die, die externen und von der Arbitrum eigenen Bridge, ähm, ich glaube, die heißt Arbitrum.io slash Bridge oder so ist die Adresse und jetzt seit kurzem auch über diverse andere externe Bridges den PP-Token auf die Arbitrum Layer 2 bridgen konnte, ja, und, äh, gestern, ne, im Laufe des Tages natürlich sowohl auf Arbitrum als auch auf Optimism die Gas-Visor in die Höhe geschossen, ja, dass man auch dort, also ich bin auch selbst dort, ja, ähm, ausgepreist, also ich schalte jetzt einfach die Füße still, bis Gas-Visor runtergegangen sind. Äh, man muss da einfach verstehen, ne, die einerseits kommen natürlich die hohen Gas-Visor davon, dass auf der Ethereum Blockchain die Fisor selbst sehr hoch sind, ja, weil Arbitrum und Optimism, die packen natürlich, ne, ihre Transaktionsdaten zusammen und müssen das dann auch auf Ethereum schreiben und wenn auf Ethereum, sag ich mal, für diese eine Transaktion statt 100 Dollar jetzt 1000 Dollar kostet, weil auf Ethereum die Gas-Visor sehr hoch sind, ja, dann ist natürlich auch auf die Transaktion, die sie jetzt zusammengepackt haben, auf der Roll-Up, die Gebühren sehr, sehr hoch an der Stelle. Und, ähm, ja, wir waren, gucken mal, wann das wieder zurückgeht, ich glaube, gestern war das so bei irgendwo zwischen 3 und 7 und 8 Dollar für eine ganz normale Swap-Transaktion, was früher normalerweise irgendwo zwischen 20 und 30 Cent ist, also über das Zehnfache hinaus nach oben gestiegen. Ähm, kommen wir zum nächsten. Wir wissen, wir haben hier eine Sammlung, ja, den Link habe ich hier, ja, wie immer, könnt ihr euch angucken, das sind sehr, sehr viele mittlerweile, ja, und das, äh, es geht einfach darum, dass diese ganze Krypto-Geschichte, ich meine, ne, ihr kennt mein Gesicht, ja, ich bin schon seit 2, 3 Jahren hier für, äh, für euch da und ihr wisst ja, ich, ne, ich meine, ich passe schon einigermaßen auf, auf mich selbst, aber ich sehe halt draußen, ja, ich treffe auch Leute, die viel, viel zu unwurzvorsichtig sind aus meiner, aus meiner Sicht, ja, und, äh, wenn man mit in der Krypto ist, dann muss man bewusst sein, man ist selbst, ich sage mal, man ist selbst die Bank, ja, die, die Angestellten in der Bank und die Sicherheit der Bank, ja, das heißt, die Sicherheitsleute, die dafür für die Sicherheit sorgen und, äh, wenn ihr, ne, nicht in der Lage seid oder wenn man nicht selbst nicht in der Lage ist, ja, sag ich mal, sich einigermaßen zu verteidigen oder auf sich aufzupassen, dann sollte man vielleicht sich zweimal überlegen, ob man andere Leute davon erzählt oder sogar draußen rumprallt, ja, dass man Kryptos hat, ja, oder besitzt und, äh, ich sage auch letztens, dieser, dieser Ledger-Anhänger, dass es sowas von größter Schwachsinn, das gibt, ja, ähm, und, äh, in diesem Fall wurde eben jemand in Spanien, also ein, ein bekannter anscheinend, äh, Krypto-Manager, ja, vom Fund-Manager oder so, der wurde gekidnappt und die Leute haben von ihm eine Million Dollar verlangt, ja, und, äh, glücklicherweise ist das so gut ausgegangen, weil der hat irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ein Foto von sich gemacht, ja, wo man auf dem Foto zumindest erkennen konnte, wo der ist und das hat er an seinen Kollegen oder so geschickt und die haben dann über die Polizei ihn, äh, befreien lassen und der wurde dabei auch nicht verletzt oder so, aber von den, ähm, die Kidnapper und das ist eben, ne, die Gefahr bei Krypto, das heißt, ihr seid für alles verantwortlich selbst, ja, und, äh, wenn jemand euch dazu zwingt, ja, ähm, physische, physische Gewalt an der Stelle, das ist, wie gesagt, in dieser Liste, im Inhalt, wird es sehr, sehr, in der Regel sehr, sehr schwer, ähm, sein, ähm, sich davor zu schützen und deswegen empfehle ich definitiv, ja, so würde ich definitiv aufmachen, welche einen gewissen höheren Bereich wäre, ja, für die Selbstverwahrung von Kryptos werde ich das immer auf Hardware-Wallets packen und irgendwo in Banksafe oder so, ja, man kann so viel über Banken und sowas schimpfen, wenn man will, aber, ja, letztendlich würde ich das trotzdem so machen oder zumindest, ja, das rausholen aus Krypto, ja, was man da hat und vielleicht in anderen harten Assets, ob das jetzt, ähm, äh, Gold oder Immobilien oder sonst was ist, ja, also immerhin, was, äh, durch diesen, durch den Staat, ja, und durch die staatliche, ja, äh, Polizei und sonst was gestützt ist, ja, und, äh, Selbstverwahrung hat nun mal auch seine Nachteile und kommen wir zum nächsten, wir haben Optimism, ja, Optimism Foundation, ähm, äh, nicht, sorry, Optimism, ich bin komplett, also, ähm, wie ähnlich wir aufnehmen, damals gab es ja diese, ich glaube, 16- oder 18-teiligen, äh, Journey oder Game, habe ich auch auf meinem Kanal mehrere Videos dazu gemacht, ja, wo man einige, äh, Projekte dort durchtesten konnte, ja, und da, deswegen habe ich dort, dort auch einen minimalen Anteil von OP AirDrop abbekommen und diesmal geht es um auf Starknet, ja, Starknet ist auch eine Roll-Up-Lösung auf Ethereum und die sind, gibt es schon ziemlich lange und, äh, da gibt es ein Argen Wallet, das Argen Wallet ist tatsächlich eines der ersten Smart Wallets, ähm, seit langem und, äh, die sind auch schon, äh, habe ich bei mir auch schon seit einiger Zeit getestet und da kann man, äh, haben die jetzt seit, sogar schon eine Woche gestartet, ja, Anfang Mai mit eine, auch eine eigene Journey-artig, ja, das soll insgesamt acht Wochen gehen und jede Woche gibt es eine Aufgabe, die man erfüllen muss, ja, minimale kleine Aufgabe, ja, dauert ein, zwei Minuten, wenn ihr wollt, guckt es euch an, ich kann, weil ich kann nicht sagen, wie viel dabei herauskommt, ja, und ob das überhaupt, sag ich mal, äh, zu irgendwas fruchten würde, letztendlich, aber ich, ich denke, für, sag ich mal, in ein, zwei Jahren lohnt es sich auf jeden Fall jetzt schon, auch schon ein paar ab und zu mal Sachen anzugucken, sowohl die ZK-Sachen, ja, und auch diese Stark zum Beispiel, mit Argen Wallet und hier müsst ihr bis, äh, übermorgen, also 9. Mai, ihr habt noch zwei Tage Zeit, ja, bis dahin einfach das Wallet installieren und eine einzige Transaktion macht, ja, und, äh, man kann, man muss nicht mal ja auch was swappen, man kann, da gibt es auch Apps, äh, auf der Seite, wir müssen einfach das Wallet mit ein bisschen Gas aufladen und dann auf die, ähm, Debt-Seite dort gehen und ein Vote abgeben, ja, das reicht auch, äh, gilt auch als eine Transaktion. So, kommen wir zum nächsten, wir haben PP, ja, hier ist eine sehr, sehr gute Analyse, finde ich, ähm, immer spannend sowas, denn man kann natürlich so viel erzählen und, ne, so viel prophezeien und auch rumraten, und, aber wenn man solche Bilder hat, dann, ne, ist es einem komplett klar, worum das geht, ja, äh, ich gehe nur mal diese drei Sachen durch, in diesem Thread, der in meinem Thread verlinkt ist, ja, ist nochmal viel mehr. Aber das erste ist natürlich, äh, die Realized P&A, ja, die Umgesetze, wenn man tatsächlich PP abgekauft und dann auch verkauft hat, ja, mit Gewinn, also wer hat letztendlich die meisten Gewinne mitgenommen und hier sieht man, ja, die Leute in den ersten vier Tagen und fünf Tagen drin waren, ja, nicht die, die in den letzten zwei Wochen sind und das ist wie immer, ja, wie bei jedem anderen Coin auch, das heißt, die Leute haben 70, 80% der gesamten Gewinne, die, ne, auf, natürlich nach dem Verkauf, ja, realisiert, ne, der Verkauf realisiert dann die Gewinne, die haben das meiste eingesteckt und alle anderen, die danach eingestiegen sind, ja, das heißt, seit dem ca. 21. April oder 22. April, die danach gekommen sind, die haben alle zusammen, ja, das sind natürlich die meisten Leute, insgesamt weniger als 20% der gesamten realisierten Gewinne umgesetzt, ja. Das zweite Bild hier, was zeigt das? Das zeigt, wann diese Gewinne umgesetzt worden sind, ja, und das, ja, hier sieht man, ja, hauptsächlich das meiste, also die über drei Viertel der Gewinne wurden seit dem 5.5., ja, das war auch, ähm, ich glaube gestern, ne, das war tatsächlich der Tag, wo ich das Video gemacht habe, lustigerweise im Garten und, äh, vielleicht sollte ich weniger solchen Videos machen, sonst, äh, verkaufen die Leute noch mehr, äh, nichtsdestotrotz, ja, ihr seht hier, bis etwa 5.5. hat sich nicht mal ein Drittel oder ein Viertel, ja, da insgesamt Leuten ein Gewinne rausgenommen, ja, das heißt, da haben die wenigsten Leute tatsächlich selbst nach den Kursanstiegen etwas verkauft und seit dem 5.5., ja, ist es aber exponentiell nach oben gegangen, die die Leute abverkauft haben, also die die Gewinne mitgenommen haben, ja, und, äh, das ist auf jeden Fall, muss man, äh, super genau beobachten und das letzte Bild hier zeigt, ja, wie viele Leute tatsächlich, ja, bisher im Gewinn sind auf, ne, auf der Hand, also nicht auf dem Buch, ja, auf dem Papier. Das ist immer, ne, das Problem, auf dem, äh, auf dem Papier oder im Internet, sag ich mal, in dieser, an dieser Stelle sieht das immer gut aus, ah, ich will mit 500 Millionen den Gewinn, ja, aber solange du nicht verkaufst, hast du nicht die 500 Millionen Gewinn und das Ding, wenn du wieder abstürzt, da hast du null Gewinn oder sogar vielleicht noch Verlust, ja, und das ist in diesem Fall die nicht realisierten, ja, äh, unrealized P&L, das ist die orangenen Linien, ihr seht hier, ja, im Vergleich zu P&L insgesamt, P&L ist praktisch das, was angezeigt wird, ja, über alle Leute, die sowohl verkauft haben, als auch die noch nicht verkauft haben, ja, die grüne ist praktisch die, die schon verkauft haben, die Gewinne schon umgesetzt haben, ja, und ihr seht hier, was sagt diese Linie, naja, 90 oder, ne, mehr als 80 Prozent der Leute haben bisher ihren Gewinne nicht realisiert, ja, und das ist auch das, was ich in meinem Video damals gesagt habe, wenn ihr im Gewinn seid, ob 200, 300, 400 Prozent, warum, ja, es gibt absolut null Grund dafür, ja, nicht das Startkapital rauszunehmen, ja, klar, ihr habt dann statt, ne, 500 Dollar oder, ne, 5.000 Dollar nur noch 4.000 Dollar, die, mit dem ihr im Game drin seid, aber ihr habt das Startkapital wenigstens rausgenommen, ja, ihr könnt nicht mehr verlieren, das ist null Chance, dass ihr noch dabei verliert, also, denkt dran, wer ihr im Gewinn seid, bitte unbedingt dran, denkt, Gewinne mitzunehmen und, äh, das wird nicht gut ausgehen, das wird definitiv nicht gut ausgehen, weil sowas, wenn so viel gewinnt, also auf dem Papier ist, aber nicht realisiert, ja, denn wenn die ersten großen anfangen, ihr Gewinn zu realisieren, dann wird das Ganze runtergehen und für den Rest, ja, heißt dann nur noch Backholding und, äh, ja, lasse ich euch einfach mal da und kommen wir zum nächsten, wir haben, äh, ja, Ben Armstrong, natürlich nachdem jetzt der SPF, äh, ne, verhaftet worden ist und so weiter, hat er jetzt kein, in Anführungsstrich, Aufwand mehr, über den er sich lustig machen kann und auch, äh, sich als Helden darstellen kann, ne, ihr wisst ja, was er in der Vergangenheit alles getrieben hat, will ich gar nicht nochmal aufzählen, also, das ist definitiv kein, kein Mensch, auf den man, äh, aufschauen sollte, vor allem, sag ich mal, im Bereich Influenzen und, äh, jetzt kommt er schon mit so abstrusen Sachen um die Ecke, ja, nach dem Motto, hey, äh, ich bin 20-fach long auf PP reingegangen und bin direkt likwidiert worden, ja, und hab dabei 14.000 Dollar verspielt. Ich meine, allein, ne, dass er, ne, für irgendwelche Exchanges bewirbt, das hab ich, ja, ich hab schon immer gesagt, ja, je größer man die Verantwortung hat, ja, gegenüber, natürlich der Community und der, der, der Öffentlichkeit, desto mehr muss man vorsichtiger sein, was man bewirbt, ja, und das, der, ne, auch an der Stelle, ne, diverse Exchanges bewirbt, ja, wo man angeblich gratis Geld bekommt zum Trading und so, das ist einfach totaler Quatsch, ja, und jetzt, ne, auch noch, äh, bewerben nach dem Motto, hey, geht zocken, ja, und wenn ihr, ne, euer Geld, äh, verspielt und Vermögen verbrennt, ja, da ist es auch nicht schlimm, denn das macht wenig Spaß, so nach dem Motto. Das ist wie, ja, die Leute ins Casino zu schicken, nach dem Motto, guck mal, das hat so viel Spaß gemacht, los, geht mal da rein, ja, verbrennt mal euer Gelder. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten, wir haben konzentrierte Liquidität und, äh, zwar, ja, auf, ähm, auf Maverick, Maverick hab ich tatsächlich auch schon zwei, dreimal drüber gesprochen, ich finde das Protokoll sehr interessant, leider, leider, leider Gottes, ja, ist aktuell nur auf Ethereum und auf CK-Sync, ne, ja, ich werd mir tatsächlich das Ganze auf CK-Sync mal angucken, gleich in zwei, drei Wochen, ja, ich werd das noch ein bisschen abwarten und, was die aber auf jeden Fall jetzt schon gezeigt haben, aber die Mark zeigt sich da drin, ja, dass die sehr, sehr viel, ne, mal, bei konzentrierte Liquidität kann man so ein bisschen, also nicht direkt, aber kann man ein bisschen dieses Volumen, ja, durchgeteilt durch TVL rechnen, aber das erste, ganz wichtig dabei, man muss auf die einzelnen Pools, ja, das umrechnen, das heißt, nur die gleichen Token, ja, mit den gleichen Pools vergleichen, warum? Ihr kennt ja, ne, die konzentrierte Liquidität, das kann man auf die ganze Breite verteilen, das Kapital, oder man kann auf einen einzigen Punkt konzentrieren, so, wenn man natürlich, ne, so einen Token Pool hat, und das ist eben die Besonderheit, womit die an der Stelle werben, dass die angeblich jetzt die Nummer 3 sind, ja, hinter, direkt hinter Uniswap und Curve, ist natürlich nicht so, ne, denn, wenn du, sag ich mal, nur, wenn ich einen nur einen einzigen Stable Coin Pool hab, ja, die sagen wir USDC, USDT, ne, oder so eine Estimatic gegen Matic, dann sind natürlich alle Leute, die dort hingehen, die packen ihren gesamten Kapital in diesen einen einzigen, ganz minimalen Range rein, weil die wissen, der Kurs bewegt sich nicht, ja, von zwei hoch korrelierende Assets, und dann ist es natürlich so, ne, dass da eine Million Assets drin sind, und da fließen vielleicht eine Million, äh, Wechseldinger durch, und der Kurs bewegt sich trotzdem nicht, ja, und dann sieht es natürlich super aus, als, ne, wäre mein Projekt, oder mein Pool super weit in die Höhe geschossen, aber, wenn man natürlich Pool hat, ja, wie ganz normal, ECOCC, oder auch nicht korrelierende Assets, dann verteilt sich, ja, das ist ganz normal, dass die Leute dann nicht das Kapital auf einzigen Punkt verteilen, sondern meistens sehr breit, ja, und dann ist es natürlich so, dass sehr viel Kapital, trotz der konzentrierter Liquidität bei Uniswap und so weiter, ne, immer noch sehr viel Kapital inaktiv rumliegt, ja, weil, ne, der Preis natürlich immer nur meistens sehr konzentriert irgendwo in der Mitte liegt, und da ist natürlich die Volumen durchgeteilt, äh, geteilt durch, ne, TVL sehr, sehr niedrig, ja, und das ist eben an der Stelle, wenn man ganz genau hinguckt, beim, äh, Maverick sind die meisten, oder 70, 80% der Pools hochstark korrelierende, und dadurch können die eben auch, äh, die mit diesen tatsächlichen, äh, Zahlen werben, das angeblich, ja, dieser, ähm, diese, ja, Volumen durch, äh, TVL, bei denen sehr hoch ist, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ähm, kommen wir zum nächsten, wir haben auf Arbitrum, ja, eine Menge, auch Meme-Coins, äh, und auch in Rug-Coins, ja, die jetzt gelauncht werden, weil natürlich auf Ethereum alles viel, viel teurer werden, und natürlich die Rug-Puller oder Meme-Coiner, die überlegen sich auch zweimal, ja, ob die noch weiter auf Ethereum das ganze deployen, wenn die allein für ein paar hundert Dollar bezahlen müssten, und deswegen gehen jetzt einige auch auf die Roll-Ups, und da unbedingt vorsichtig sein, denkt dran, ja, und ihr seht hier, jetzt haben wir eine ganze Liste, ich glaube, das ist von, äh, irgendwie von CoinGecko, äh, Gecko-Terminal, oder von DexScreener, von, weil nur vom Symbol her, das ist das größte Problem, nur vom Symbol her kann man nicht erkennen, ob das dieser echte Coin ist, ob das ein Fake-Coins, ob ein Rug-Pull-Coin ist, ja, man muss schon ganz genau da hingucken, entweder, wie gesagt, über DexScreener oder DexTools, ja, die Token analysieren lassen, oder eben alternativ auf den offiziellen Seiten suchen, ja, von den entsprechenden Coins, ob man da was findet, und das ist halt eine ganze Liste, ja, von einem einzigen, ähm, äh, Rug-Puller, der auch schon historisch bekannt ist, ja, der es deployed hat, und da sind über eine halbe Million an Liquidität drin, in diesen ganzen Dinger, ja, und, äh, ja, also, auf jeden Fall, ähm, an der Stelle vorsichtig sein, was ihr für Coins kauft und wo ihr reingeht. Kommen wir zum nächsten, äh, Jared, Jared, äh, from Subway, in diesem Mal, in diesem Mal ist er noch nicht mal, ja, der, das Bösewicht, denn, ihr wisst ja, ne, der hat ja den bekanntesten MEV-Bot, ja, der auch, ich sehe, um die ganze Zeit Meme-Trader-Sandwich, und da, daraus, ich glaube, 80- und 90-fach höhere Gewinnen erzielt, als die nächstbesten Bots auf der Stelle, also, an der Stelle da auf jeden Fall Respekt, wie der es hingekriegt hat, diesen Bot zu bauen, aber nichtsdestotrotz, hat jemand an der Stelle, äh, ich weiß nicht, ob das, ja, aus Stupilität oder aus Fehl, aus Fehlhandlung oder, äh, Absicht war, ja, äh, aus Versehen ihm 1,5 Millionen Geld geschickt, ja, in Form von Bitcoin und ich glaube, in Form von USCC oder sowas, in mehreren Coins. und da, da habe ich gesagt, wie, wie kommt man auf solche Ideen, auf eine, eine Bot-Adresse, ja, auch noch Jared from Subway, so viel Geld zu schicken, das war die Geschichte, ja, und dann hat derjenige, der das gemacht hat, auch öffentlich gepostet, oh, ich habe einen Fehler gemacht, sorry, sorry, ja, kannst du mir bitte das Geld zurückschicken, die Leute, die, ne, die mir das Geld überlassen haben und in mich investiert haben, die sind nicht glücklich darüber, ja, und bitte, 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 schick mir die 1,5 Millionen zurück. Und, ja, ich meine, Jared hat sich, äh, tatsächlich an der Stelle auch bewegen lassen, ja, und, äh, von den 1,5 Millionen bis auf 50.000, die er vielleicht als, äh, Kosten oder Gebühren oder sonst was für sich einbehalten hat, den Rest komplett zurückgeschickt, also ist noch einigermaßen gut ausgegangen an dieser Stelle und, ja, da wurden auch schon einiges an Jokes gemacht nach dem Motto, jetzt muss man noch nicht mal, äh, noch nicht mal mehr MeV-Sandwich-Bots bauen, ja, man kriegt schon das Geld direkt geschenkt von den Leuten, und eine letzte Nachricht noch für heute, nämlich, ja, ja, habe ich das gestern gepostet, ist tatsächlich nicht ein neues Video, sondern gab es schon früher, ja, und in diesem Fall sind es, äh, 27 Sekunden, also fast 30 Sekunden, weil man es schnell durchgeht, weil man weiß, wo man draufklicken muss, und, ähm, man muss auch nicht mal programmieren können, ja, weder Solidity noch sonst was und kann es komplett ausrollen, nämlich eine eigene Meme-Coin, denkt dran, ja, bitte, 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 nicht einfach eine eigene Meme-Coin ausrollen, und, ähm, ja, lasse ich euch einfach mal da als, äh, Anhang für den heutigen Sonntag, schönen Sonntag für euch alle, ja, aus dem Computergarten, mein Name ist Gigi, ciao, ciao. Und, ähm, ja, aus dem Computergarten. Und, ähm, ja, aus dem Computergarten.